Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, auf die ich mich schon sehr freue und auch schon wieder länger vorbereitet habe. Denn ja, vielleicht hast du die letzte Folge gehört, da ging es ja um die falsche Matrix. Und ich habe noch nie zuvor, glaube ich, so viele Rückmeldungen bekommen zu einer Podcast-Folge. Also das war wirklich schon sehr eindeutig, dass ihr dazu mehr wissen wollt. Und das hat einfach sehr, sehr guten Anklang gefunden, aber auch viele Fragen eröffnet. Also machen wir einfach direkt weiter damit und sprechen heute darüber, was du... Also übrigens, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, musst du sie dir eigentlich anhören, wenn du diese Folge hörst, weil die bauen ja jetzt hier so ein bisschen aufeinander auf. Es geht um den Aufstieg. Es geht um Aufstiegssymptome heute, was wir da tun können, gegen oder sollten oder müssen wir überhaupt was dagegen tun. Es geht auch ein bisschen darum, wieso man sich so häufig doch energielos fühlt derzeit. Und was du jetzt am besten für deine Heilung tun kannst. Ich werde über den sogenannten Mandela-Effekt sprechen, über die Theorie über Zeitlinien. Also es gibt verschiedene Theorien, aber eine davon möchte ich heute erzählen. Denn es ist wichtig, um zu verstehen, wohin wir aufsteigen oder um das ganze Matrix-Thema zu verstehen. Und ja, ihr habt viele Fragen gestellt und auf die möchte ich auch eingehen. Das heißt, wir haben einen ziemlich vollen Plan. Also lasst uns direkt loslegen, wenn du mich noch nicht kennst. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann höre meinen Podcast. Nein, ja, dann höre meinen Trailer vom Podcast. Da erzähle ich eigentlich mehr zu mir. Das mache ich hier schon im Podcast gar nicht mehr, mich vorzustellen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich eigentlich dann jeder, der das hier hört, kennt. Ja, falls nicht, lass es mich wissen, wenn du hier brandneu dabei bist. Würde mich ja auch mal interessieren. Also lasst uns losgehen zum Thema Aufstiegssymptome. Also nochmal ganz kurz und knapp erzählt oder erklärt, aber wirklich ganz kurz. Hör dir die Folge vorher dann an, wenn du mehr wissen willst. Wir leben quasi in einer Matrix. Das ist natürlich jetzt nur eine Geschichte, die ich dir erzähle. Es ist nur eine Story und du darfst dir mitnehmen, was immer du möchtest daraus. Und diese falsche Matrix lässt uns in dem Glauben, dass wir keine Macht haben, dass wir klein sind, dass wir nicht genug sind, dass wir Angst haben müssen, dass wir im Hamsterrad gefangen sind, dass wir 9 to 5 arbeiten müssen, dass es ein Wochenende gibt, dass es gewisse Zeiten gibt, wo Urlaub ist, dass es erstrebenswert ist, große Autos zu fahren. Ich habe keine Ahnung. Also die Matrix, alles, was du siehst und was du gelernt hast, ist die Matrix. Das sind viele Programme. Und diese Matrix löst sich derzeit auf oder hat sich vielleicht sogar schon aufgelöst. Darüber möchte ich heute auch noch mal sprechen. Und wir steigen auf. Das bedeutet, die Energie wird höher, höher und höher. Wir haben mittlerweile ein Maximum erreicht an Sonnenenergie, die immer wieder zur Erde geschickt wird. Das kann man an den sogenannten Sonnenstürmen messen. Und auch die Schumannfrequenz, also die Ausschläge davon, werden immer häufiger. Und es ist einfach so, dass wir da, und dazu habe ich halt in der letzten Folge sehr, sehr viel erklärt, dass wir darauf reagieren und dass es eben Energien gibt, die in uns auch ansteigen. Und das kann zu Aufstiegssymptomen führen. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Denn die Frage kam auch von euch, inwiefern die Aufstiegsenergien auch in uns eben Themen und Symptome hervorrufen können. Also erstmal möchte ich an dieser Stelle sagen, wir können das nicht pauschalisieren. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, wenn du Kopfschmerzen hast, dann sind das Aufstiegssymptome. Das ist einfach, wäre auch super fahrlässig, das zu sagen. Denn ihr solltet schon immer auch mal überprüfen, wenn irgendwas lang anhält, dann sollte man das angehendes Thema. Aufstiegssymptome kommen und gehen eigentlich. Und meistens gehen sie und man fühlt sich danach erleichtert. Das Ding ist, dass Aufstiegssymptome nicht unbedingt deine chronische Krankheit ist, die du vielleicht schon seit Kindheit hast. Das ist eher ein Programm, was du mit, nicht du mitgebracht hast, sondern was man dir gegeben hat, damit du das beleuchtest und heilen kannst und fürs Kollektiv mit heilst. Aufstiegssymptome können vor allem jetzt in diesem Jahr oder auch schon ungefähr seit einem Jahr passieren. Ich meine auch schon vorher. Die Aufstiegsenergien sind ja nicht erst seit einem Jahr, aber es ist schon da schon sehr, sehr vermehrt. Also das ist jetzt schon das sehr geballte jetzt 2024 gewesen. Und man kann sagen, dass es zu verschiedenen Symptomen kommen kann. Sowas wie Schwindel oder Kopfschmerzen, Schmerzen vor allem im Knochenbereich, aber auch Ängste und Unsicherheiten, Minderwertigkeitsgefühle. All das können Aufstiegssymptome sein. Denn definitiv, warum, also, ihr müsst euch das mal so vorstellen. Dein höheres Selbst, deine Seele, die ja größer und allmächtiger ist als die Matrix, ist schon immer da gewesen. Allerdings war sie sozusagen für dich nicht gänzlich erreichbar in der Matrix. Und jetzt durch die Aufstiegsenergien strömt immer mehr deiner Seele in dich hinein, kommt in deinem Körper an, aber auch eben hochschwingende Energie, Lichtplasma von der Sonne und so weiter taucht in dein Körper ein, in die Dichte sozusagen, in die dichte Form. Und diese Verkörperung der dichten Form, was dein Körper ja ist, war ganz, ganz lange wichtig, um hier in dieser Matrix ja zu existieren. Aber das wandelt sich derzeit. Alles soll leichter werden. Und wenn jetzt dieses kosmische Licht und die Aufstiegsenergien hier auf dich treffen, dann entlädt es sich sozusagen, diese Energie entlädt sich durch deinen Körper. Denn Aufstiegssymptome sind genau das, wenn sich zwei Frequenzen aufeinandertreffen sozusagen. Die hohe Frequenz des Lichtes trifft auf die Dichte des Körpers. Und das kann eben verschiedenstes hervorrufen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was du tun kannst. Erstmal ist wichtig zu verstehen, dass dein Körper in diesen Momenten schon Auflösungsarbeit macht und dass die Wahrheit, diese Lichtenergie, das Hohe, wenn es auf dich trifft, dir immer deine Illusionen vor Augen hält. Also das, was hochkommt, ist meistens Licht, was auf den Schatten trifft. Und es zeigt dir, hey, guck mal, diese Illusion, die hast du so lange geglaubt. Und was dann natürlich passiert ist, dass dein Ego in den Widerstand geht. Es möchte nämlich, das Ego ist Teil der Matrix. Ganz wichtiger Teil der Matrix. Und er möchte natürlich aufrechthalten, was immer schon war und hat da Widerstand. Der lässt nicht zu oder möchte nicht gerne zulassen, dass wir Schmerzen haben, dass es uns nicht gut geht, ist ja auch logisch. Aber sehe das bitte erst mal so, dass es eine Einladung ist, nenne es jetzt vom Universum, zu heilen und loszulassen. Ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, wie. Es ist definitiv die beste Zeit, sich jetzt mit deiner Seele zu verbinden. Denn es passiert eh schon, aber sobald wir es unbewusst machen und im Widerstand sind, ist es hundertmal schwieriger für dich zu ertragen, als wenn du bewusst mit deiner Seele in Verbindung gehst. Sie ist so präsent wie niemals zuvor. Sie möchte in deinen Körper oder sie ist ja schon da. Aber sie möchte in deine Zellen viel mehr hineinfließen können, weil das kann sie jetzt endlich. Und deswegen gehe in Verbindung mit deinem höheren Selbst über Meditation. Das würde ich dir jetzt wärmstens ans Herz legen. Alle meine Meditationen führen dich mehr oder weniger zu deiner Seele. Denn meine Meditationen basieren darauf, das Unbewusste, die alten Programme zu beleuchten und sie mit Licht zu füllen. Das heißt, jede Meditation von mir wird dich ein Stück weit zu deiner Seele führen. Ich kann dir auf jeden Fall ein paar empfehlen, die auch wirklich das Seelenpotenzial entfalten. So heißt die eine Meditation Seelenpotenzial entfalten oder auch Mangel auflösen. Ich verlinke dir die einfach mal in den Shownotes. Was du aber auch tun kannst, wenn du wirklich merkst, dass da auch schon sehr, sehr viel in der Tiefe an Themen sind, auch mit dem inneren Kind und dergleichen, dann und den Ahnen, dann kann ich dir jetzt unbedingt die Transformationsreise ans Herz legen. Es gibt eigentlich keinen besseren Moment als jetzt anzufangen zu heilen, weil alles dafür da ist und alles um dich rum ist an Energie und eigentlich alles nur darauf wartet, dass es losgeht und wir uns aber auch bewusst dafür entscheiden dürfen, wisst ihr? Also klar läuft auch vieles jetzt einfach ab, ohne dass wir da was machen müssen, aber es hilft, wenn du die Dinge angehst. Und das kann ich dir auf jeden Fall an der Stelle empfehlen. Und wichtig ist jetzt auch, wie wir weiterhin damit umgehen, loszulassen, ist erstmal, dass du keine Verurteilung hast dir gegenüber im Sinne von, hey, warum schaffe ich das nicht so gut? Wieso habe ich diese Krankheit, diesen Schmerz? Bin ich noch nicht gut genug oder bin ich überhaupt gar nicht am Auferstehen, Auferwachen? Ich mache das schon so viel. Das sind alles die Stimmen der alten Programme. Das sind alles die Stimmen der Matrix. Den darfst du schon mal gar nicht glauben. Und deswegen hast du den Weg, der dich zu dir führt, indem du in Verbindung mit dir gehst. Und das, was du eigentlich bist, ist natürlich viel größer als dein Körper und dein Verstand. Darüber rede ich ja schon ganz oft, aber stell das dir eben so vor, dass deine Seele jetzt nicht nur um dich herum ist. Sie ist unfassbar groß und mächtig und sie hat erstmalig die Chance, wahrhaftig bei dir anzukommen und in dein Bewusstsein zu kommen. Und dafür darfst du dich öffnen. Und diese Erfahrungen, die sind wichtig. Das, was ich hier mit der Podcast-Folge mache, ist dir das Wissen zu geben, was wichtig ist für deinen Verstand, aber der kann die Erfahrung nicht machen. Dein Körper kann die Erfahrung machen, in Verbindung mit der Seele zu kommen. Wenn du die Chakren-Meditation von mir zum Beispiel hast, wäre das auch eine Option, die nochmal wieder zu wiederholen, weil du jetzt ganz andere Erfahrungen damit machen wirst. Loslassen übrigens. Loslassen heißt, sich nicht mehr zu identifizieren mit der Vergangenheit, mit dem Schmerz, mit deiner Geschichte. Und das ist etwas, wo ich auch gerade durchgehe. Mir wird immer bewusster, wie krass wir programmiert sind im Sinne von diese ganzen Ego-Stories. klar, ich kann mich natürlich erinnern an mein Leben und wie es war und so weiter und so fort, aber wenn du wirklich noch glaubst, dass du das bist und daran festhältst, dann ist das nicht losgelassen. Und ich erkläre dir das mal so, meine erste große Liebe mit 18, als ich mich von dem getrennt habe oder wir uns getrennt hatten, mit 20 oder was, keine Ahnung, oder irgendwie so in dem Dreh, vielleicht 19, auf jeden Fall erinnere ich mich daran, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr mit meinem damaligen Ich identifizieren. Es ist so, als wenn ich wirklich auf ein vergangenes Leben gucke. So, ich verstehe, ich verstehe, was da abgelaufen ist, aber es fühlt sich nicht mehr an, wie ich. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, ich habe das losgelassen. Und ja, so ungefähr kann man das eigentlich erklären. Loslassen meint halt sich eigentlich auch irgendwie nicht mehr mit der Geschichte zu identifizieren, sondern vielmehr mit dem zu identifizieren, was außerhalb deines Verstandes ist. Und das ist schwierig für jemanden, der sehr auf, eigentlich für uns alle, weil wir wurden ja in den Verstand hineingedrückt, dass da das Leben stattfindet. Und das ist aber so begrenzt, dass wir eigentlich schon immer gefangen sind in unserem eigenen Verstand. Und sobald du anfängst, dich mit dem Raum zu identifizieren, der über dein Verstand hinausgeht und der über deine Geschichte hinausgeht, dann fängst du an, in die höchste Version von dir zu kommen, die nicht von irgendeiner Matrix kreiert ist oder von irgendeiner Geschichte inspiriert ist. Das ist die wirkliche Wahrheit, die wahre Version von dir. Und an die erinnert ihr euch jetzt nach und nach wieder, durch die Folgen, die ich hier auch hochlade. Es erinnert sich etwas in euch und da darfst du hin zurückkehren. Genau. So, man kann sagen, dass das auch wirklich Heilung mit sich bringt. Und ich habe die Frage zum Beispiel auch gestellt bekommen, wie schaffst du es, bei dir zu bleiben? Ich habe das Gefühl, meine Energien immer in doofe Situationen zu verlieren. Ja, also ich bin ja auch erst mal ein Mensch, deswegen passiert mir das logischerweise auch, aber ich habe ein völlig neues Bewusstsein bekommen und merke und ertappe mich einfach so krass bewusst der Zeit, wie schnell man von diesen Programmen und vom Ego geleitet wird, dass ich das jetzt aber, ich verstehe das irgendwie ganz anders als noch vor einem Jahr und mir fällt es dadurch einfacher, das loszulassen und dem nicht mehr die Energie zu geben, wie ich es vorher gemacht habe, wenn ich an irgendwas festgehalten habe, an irgendeiner Meinung oder jetzt muss ich mich verteidigen, weil jetzt ist das ungerecht gewesen und es ist so unwichtig. Kampf ist das alte Thema, das ist die alte Matrix, Heilung ist Licht, Präsenz, Leichtigkeit, überall hineinfließen zu lassen und ich gebe euch noch mal ein kleines Beispiel, ich war jetzt letztens einkaufen, mein Hobby derzeit, einmal die Woche einkaufen gehen und auf jeden Fall früher, früher meine ich wirklich vor ein paar Jahren noch, hätte ich gedacht, dass mir das alles Energie zieht, die ganzen unbewussten Menschen und hier und da und die Matrix und das Böse und das Dunkle und also nicht, dass ich jetzt durch die Welt gegangen bin und irgendwas Dunkles gesehen habe, aber ach, ich bin ja so hochsensibel und ach, ich muss mich schützen und ich habe ja schon immer davon geredet, dass Abgrenzung nicht funktioniert und dass das aus einer Angst und einem Widerstand heraus resultiert, aber so wie ich es jetzt verinnerliche und verstehe, kann ich es euch vielleicht nochmal anders wiedergeben, so wie ich jetzt durch diesen Einkaufsladen gehe, ist, dass ich weiß, ich muss es mir nicht mal vorstellen, sondern ich weiß es, ich bin so viel größer und lichtvoller als das, was man sieht und wenn ich durch den Laden gehe, dann heile ich in diesem Moment alle Energie, die da so fließt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich alle Menschen heile und die dann gesegnet dort rausgehen, sondern ich bin hier auch jemand, so wie ihr auch, der dafür da ist, Licht zu verteilen, das muss ich gar nicht bewusst machen und jemanden ansprechen und anlächeln, sondern einfach dadurch, dass ich bin und ich glaube, das ist ja auch pure Weiblichkeit und Hingabe, einfach dadurch, dass ich bin, transformiere ich Energie, die auf mich trifft und ich kann nicht vermeiden, dass Energie auf mich trifft, weil alles ist Austausch von Energie, alles und deswegen reicht es aus, wenn ich in Liebe und Licht und zentriert bin und ich überall sein kann, wo ich möchte, es ist vielleicht an manchen Orten schwieriger, definitiv und ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt an einen Ort begeben und dort hinziehen, wo jetzt vorher, was weiß ich, ein Kampf stattgefunden hat oder ganz viele Menschen gestorben sind, einfach weil ich muss es mir jetzt auch nicht schwer machen, unnötig, aber letztendlich kann ich alles transformieren, weil das ist das, was unser Körper eigentlich macht, er transformiert oder alchemiert Energie und wenn ich jetzt aber sage, oh, der böse Blick von der Tante da hinten, die hat irgendwas jetzt Böses, Energetisches bei mir gemacht, dann gebe ich ihr Macht über mich. In dem Moment empfinde ich, dass sie mächtiger ist als ich, aber das ist nicht so. Es ist eine Farce und eine Illusion. Natürlich gibt es krasse Mächte und krasse Energien, aber ich will, ich rede jetzt so von dem allgemeinen Alltag oder wenn ich denke, wenn ich einmal Kaffee trinke, dann bin ich direkt übersäuert, dann gebe ich dem Kaffee die Macht mich und ich bin ja Licht und Liebe und ich trinke gerade nicht mal Kaffee, aber dann gebe ich dem die Macht darüber und mache das und gerate in Angst und Widerstand, dass ich das nicht handeln könnte und das ist das Urproblem, wenn man eh krank ist oder chronisch krank ist, dass wir ganz tief in uns einprogrammiert bekommen haben, dass unser Körper zu schwach ist und das nicht hinkriegt und das habe ich auch in der Schwangerschaft wieder erleben dürfen und deswegen ist meine Haut da auch wieder ein bisschen extremer geworden. Ich hatte so doll dieses Gefühl wieder vor Augen bekommen oder es wurde mir wieder gezeigt, dass ich mich so schwach fühle und dass ich das nicht hinkriege und man war ich erstaunt, als ich die Geburtsche geschafft habe, weil was habe ich da geleistet und dieses Programm ist Matrix-Programm. Das heißt, versuch innerlich diese Haltung zu bekommen und natürlich schütte dich jetzt nicht mit toxischen Stoffen zu, mach es dir nicht schwer und versuch gute Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, die dein höheres Selbst auch treffen würde, allerdings gerate nicht in diese dieses Extrem, dich vor irgendwas schützen zu müssen, weil du bist und das darfst du verinnerlichen, du bist so viel mehr. Heilung bedeutet, sich mit dem Licht zu verbinden und nicht in deinem Kopf irgendwie zu wissen, was, wie irgendwie deine Ernährung am besten ist, damit du das und das machen kannst und das, das, nee. Ungeheilt zu sein ist ja auch, kann man auch so rumsehen, sich zu identifizieren mit einem ganz, ganz kleinen Anteil von dir, nämlich mit dem, getrennten Anteil von allem, das ist dein Ego und das ist deine Geschichte und du kennst eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil von dir über den Verstand, du weißt wahrscheinlich noch nicht mal und du kannst es auch nicht wissen, das kann man eher fühlen und erfahren, dass da viel mehr ist und ja, das ist irgendwie etwas, was jetzt ich versucht habe in Worte zu fassen, aber natürlich gar nicht unbedingt jetzt sofort so einfach ist, aber Aufstiegsenergien sind unterschiedlich, um das Thema mal abzuschließen, es kann aber auch sein, dass eine Aufstiegsenergie ist, dass du dich einfach voller Freude und leicht fühlst. Aufstiegsenergien müssen nicht unbedingt wehtun. Aufstiegsenergien können dich beflügeln und es kann eine Einladung sein, diese Gefühle mehr in dein Leben zu integrieren. Alle Emotionen, sowas wie, oh mein Gott, jetzt geht es mir mal gut, jetzt ist es mal Leichtigkeit, das möchte ich in mein Leben halten, bitte bleib bei mir, dieses tolle Gefühl, das darf nicht gehen. Wenn du in dieser Haltung bist, dann bedeutet es, dass du das Gefühl noch nicht wirklich integriert hast und ist auch nicht schlimm, es ist, wie gesagt, uns ja auch wirklich nicht leicht gemacht worden, aber dann ist das, dann sieh es einfach so, wie ich es auch immer schon gesagt habe, lass Emotionen fließen, freu dich, wenn du dich freust, weine, wenn du weinen musst, lass Emotionen da sein, es ist, wie gesagt, auch nicht immer leicht, das weiß ich, aus eigener Erfahrung, ich bin ein Mensch, ich bin kein aufgestiegener Meister bisher, aber das ist erstmal das, was ich zu den Aufstiegssymptomen an diesem Punkt sagen kann. Eine der Facetten der Aufstiegsenergie ist Symptome ist auch Energielosigkeit und Überforderung und dazu möchte ich euch auch nochmal näher, was zu erzählen. Also, wo fange ich an? Du bist Energie und das ist eine der wichtigsten Ressourcen der Matrix, denn diese Energie wird gebraucht. Sie wird gebraucht, um die Matrix aufrecht zu erhalten, denn die Schöpfer der Matrix konnten oder können das nicht selber erschaffen, denn sie haben sich von dem Göttlichen gelöst, von dem Schöpferischen, um eben diese falsche Matrix zu erschaffen, brauchen sie uns. Wir halten die am Laufen. Das heißt, man lenkt unsere Energie, damit man die Energie für etwas verwenden kann oder damit wir diese Energie nicht für uns nutzen können. beides eigentlich so. Das heißt, sie wird gelenkt in Süchten, in Spiele, also Spielsucht zum Beispiel, in den Fernseher, in Smartphone und so weiter. Denk einfach an sowas wie Horrorfilme, Dunkelheit. Wenn du dich dem hingeben würdest, was ich früher getan habe übrigens, auch wieder etwas, mit dem ich mich überhaupt nicht mehr identifizieren kann, habe ich komplett losgelassen. Dann schwingst du in dieser Energie, in diesem Feld, in diesem Feld der Angst und der Bedrohung und du bist komplett in der Matrix drin. Das ist etwas, was reizvoll ist für Menschen, definitiv, aber warum ist das reizvoll? Weil, ja, es gibt verschiedene Gründe natürlich, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, das führt uns vom Thema weg. Und, ja, deine Energie, Wien werden also bewusst gelenkt durch den Mainstream, durch Nachrichten, Krieg, Trauer, Drama, wird auch erschaffen und es gibt auch viel Drama auf dieser Welt definitiv, aber das wird erschaffen, damit wir nicht aufsteigen. Was aber mittlerweile schon einen Kipppunkt langsam erreicht, hat es nicht mehr rückgängig zu machen. Also wir steigen ziemlich sicher auf und wir wollen alle frei sein, wir wollen leicht sein, aber Freiheit, und das ist etwas, was du da gerne mal verinnerlichen darfst, Freiheit bedeutet nicht tun zu können, was du willst, sondern nicht tun zu müssen, was du willst. also frei zu sein von Süchten zum Beispiel, gelenkt zu werden, die Sucht aufs Smartphone zu gucken und ja, die Erschaffer der Matrix wissen natürlich, wie sie uns lenken können und das bedeutet einfach, dass wir nicht frei sein konnten in der alten Matrix, aber ich erzähle dir gleich, wie instabil diese Matrix geworden ist. Um das nochmal zu beenden, Kinder sind ja noch sehr verbunden mit ihrer inneren Welt und ja, werden dadurch irgendwann aber auch immer mehr nach außen gezogen und abgelenkt und das ist uns eben widerfahren. Wir haben irgendwann verloren, diese innere Welt zu erleben, sag ich jetzt mal. Sie wurde immer mehr vernachlässigt, wir wurden immer mehr nach außen gezogen durch ach ich muss das glaube ich nicht schon wieder aufrollen, ja auch Schule hat er seinen Beitrag geleistet und so weiter. Nicht die Lehrer, ja es gibt tolle Lehrer, aber das System und irgendwann sind wir dann Teenies oder Jugendliche und wir hängen am Smartphone, wir gehen shoppen, wir haben Dating-Apps, wir suchen nach dem besten Look, wir gucken immer nach außen und identifizieren uns mit unserem Wissen, mit dem Verstand und wundern uns dann, warum es uns körperlich immer schlechter geht, dabei haben wir vergessen, wie es überhaupt ist im Körper zu sein. Ich versuche das natürlich zu verhindern, dass das bei meinem Sohn auch passiert, aber da bin ich noch guter Dinge, schauen wir mal, was wird. Ja, was saugt uns derzeit am meisten Energie? Es sind die Bildschirme, es ist die Unterhaltung, die uns unten hält von der Energie und man, wenn du nichts damit anfangen kannst, dass man die Energie absaugt, dann sieh es einfach mal so, man klaut dir deine Lebenszeit und Lebenszeit ist Energie und das sind eben alles diese Programme, aus denen wir nach und nach aussteigen dürfen. Übrigens auch so eine Sache, die ja überall extrem krass im Fokus ist, ist ja die sexuelle Komponente, also sei es jetzt Pornografie oder auch einfach so viel sexualisiertes im Fernsehen, in Musikvideos und so weiter und so fort. Warum? Das ist, die Sexualenergie ist die Energie, die Leben erzeugt. Es ist die größte Kraft, Umsetzungskraft und die abzuziehen geht sehr einfach leider und man sagt so auch in dieser ganzen spirituellen energetischen Welt, dass die Sucht danach auch kommen kann, wenn wir frühkindlich zu früh aus unserer inneren Fantasiewelt oder ich nenne es jetzt einfach mal inneren Welt gezogen worden sind und das werden wir ja alle, weil wir müssen irgendwann funktionieren, wir müssen ins System passen und erwachsen werden und uns einordnen, eingliedern und so weiter. Das heißt, es hat schon alles so seinen Sinn und wenn du das einmal blickst, dann kannst du es auch nicht mehr übersehen. Machtlos zu sein ist eines der größten Trugschlüsse, die uns die falsche Matrix auferlegt hat und ja, das möchte ich erstmal nochmal dazu verdeutlichen. So, nun habt ihr mir ein paar Fragen gestellt, auf die ich eingehen will und dann kommen wir zur Theorie der Zeitlinien, die ultra wichtig ist, um einen Schritt weiter zu kommen, auf diesem Weg die Matrix und den Aufstieg besser zu verstehen. Ich habe sehr oft die Frage gestellt bekommen, also ihr wart sehr fasziniert von der Folge, aber viele haben Angst, dass sie vielleicht keine Lichtbringer sind oder dass sie nicht zu den Lichtbringern gehören, weil sie zum Beispiel keine Farben oder Lichter sich vorstellen können und dazu möchte ich euch kurz etwas sagen. Oder ihr spürt die Sonnenstürme nicht so sehr, seid ihr Lichtbringer? Also die Frage ist immer so ein bisschen anders formuliert, aber geht ja auf einen und dieselbe Sache aus. Erstens mal, wenn du diese Folgen hörst, bin ich mir ziemlich sicher, dass du ein Lichtbringer bist, weil du würdest das nicht hören können, wortwörtlich, wenn du nicht in dieser Frequenz wärst. Dann ist jeder ein Lichtbringer von uns, der ein guter Mensch ist, im Sinne von der in Freude und Liebe ist und der sich eben mit diesen Themen auch beschäftigt, Bewusstseinszustände zu verändern, der über den Tellerrand hinaus schaut. Und du kannst ja immer mehr Licht in dein Leben bringen und Licht bedeutet ja einfach Wahrheit. Und die, wahrheitssuchend sind, die, denen es wichtig ist zu helfen oder die sich einsetzen für ihre Familie oder für eine neue Welt, das gibt so viele verschiedene Arten, wie du Licht in diese Welt bringen kannst, aber seid doch bitte nicht so streng zu euch, denn das Böse, das Dunkle, da gehört ihr sicher nicht dazu. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Auch eine Frage, die kam und die ich sehr spannend fand, ist, warum schlafe ich bei Meditationen immer ein? Und das kann bei meinen Meditationen definitiv häufig passieren und darauf möchte ich mal kurz eingehen, vor allem, weil das jetzt in dieser Zeit noch häufiger passieren kann. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass die Seele jetzt genau gerade derzeit besonders gerne und viel und oft und immer mehr in den Körper hineintauchen möchte und immer mehr in die Dichte kommen möchte, um es leichter zu machen. Und warum nutzen oder warum meditieren, habe ich auch schon gesagt, warum es wichtig ist, aber warum schläfst du einmal meditieren? Weil dein Verstand dir oft im Weg steht und was passiert, wenn wir einschlafen, der Verstand ist erstmal aus und dann kann die Seele mit dir arbeiten und deswegen schlafen auch immer so viele bei meinen Meditation ein, weil sie eben auch auf Seelenebene funktioniert. Ganz einfach und richtig schön. Ja und meistens ist es ja auch nicht so richtig Schlaf, sondern es ist so eine Art Zustand, dass man kurz mal so weg ist und dann wieder da ist. Das ist sehr spannend. Und die Frage kam auch und ich werde immer noch mehr Fragen von euch beantworten, also keine Sorge, da kommt noch mehr, immer mehr, immer mehr. Macht Kampf gegen das System Sinn? Eigentlich kann ich die Frage zurückgeben, weil wie hört es sich denn an? Macht Aktivismus Sinn? Macht Kampf gegen das System Sinn? Ich verstehe natürlich die Intentionen, na klar, ich habe auch viel gekämpft in meinem Leben, gegen etwas oder für etwas, letztendlich bleibt es ein Kampf und Kampf ist Teil der alten Matrix, ist Teil der alten Welt. Sich für etwas einzusetzen, darüber kann man sich jetzt streiten, aber das wollen wir eigentlich auch nicht mehr. Manchmal in manchen Momenten muss man das ganz sicher tun und die Frage ist nur, ob das nicht eventuell alles Ablenkung ist von dem, worum es wirklich geht. Ich lasse die Frage einfach mal so, dass ihr da mal drauf rumdenken könnt, weil ja, kann ich euch meine Antwort sagen, natürlich, aber es ist ja eure Wahrheit, ob ihr kämpfen wollt. Und das ist ja auch wichtig für die neue Welt, dass ihr nicht zu mir guckt und sagt, was hat Lydia gesagt und das mache ich jetzt alles so, sondern was ist deine Wahrheit? Wofür bist du hier auf dieser Welt und was fühlt sich richtig an? Was ist deine Aufgabe? Das kann ich und warum bricht es zusammen? Weil immer mehr Menschen im Frieden sind und immer mehr Menschen höher schwingen in Liebe sind. Das heißt, das ist eigentlich der größte und beste Kampf, den du führen kannst, wenn du dich um deinen Seelenfrieden kümmerst. Ja, kommen wir zu den Theorien der Zeitlinie. Was sind Zeitlinien und warum erzähle ich dir das? Also, darauf basiert nämlich auch ganz, ganz viel der Geschichte, die ich euch heute erzähle über die Matrix. Was sind Zeitlinien und wozu brauchen wir sie? Also, Zeitlinien sind Frequenzen, die quasi wie so ein Gerüst sind für Realitäten. Um quasi die Realität der 3D-Welt aufrecht zu erhalten, gab es eine Zeitlinie und da haben wir uns drin befunden, um uns alle halt in einer Realität zu halten. Wenn man jetzt aber immer mehr Menschen hat, die die Frequenz verändern, dann gibt es Zeitlinien Verschiebungen, so nennt sich das in dieser Geschichte. Und das kann dafür sorgen, dass es unterschiedliche Realitäten gibt. Vielleicht hast du schon mal gehört von dem Mandela-Effekt, der ist in den 90er-Jahren quasi das erste Mal aufgetaucht, nachdem Nelson Mandela, ich glaube, es war 1994, aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Und auf einmal hunderttausende Menschen, vielleicht sogar Millionen Menschen es nicht fassen konnten, weil sie sich daran erinnert haben, dass überall in den Nachrichten davon gesprochen worden ist, dass er tot ist und dass er gestorben wäre. So, jetzt hatten wir zwei Realitäten, die eine, wo eigentlich Nelson Mandela gestorben ist und die andere, wo er aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Und diesen Effekt gibt es anscheinend in vielerlei Hinsicht, dass es einfach unterschiedliche Realitäten gibt, an die sich Menschen erinnern, sei es, wie ein Film geendet ist oder ein Logo ausgesehen hat früher oder eine Kindermelodie ging oder ein ganz berühmtes Zitat war. So, darum soll es heute aber nicht gehen, aber das ist ein spannendes Thema, könntet ihr euch mal selber mit beschäftigen, wenn ihr das wollt, das ist ja heute hier nicht das Thema, deswegen, man könnte diesen Effekt aber eben als ein Symptom, ein Beweis auch für den Aufstieg nehmen. Zurück zu den Zeitlinien. Wir sind multidimensionale Wesen und das ist etwas, was du mal in dich hinein sickern lassen darfst. Ja, die Matrix hat dir eingetrichtert, dass du ein Mensch bist mit einer Version von dir, aber du bist so viel mehr, du bist eine Seele, aber du bist auch in verschiedenen Zeitlinien, in verschiedenen Multidimensionen vorhanden und alle, die meinen Manifestationskurs gemacht haben, die haben davon auch schon ein bisschen gehört, warum Manifestation funktioniert. Da gibt es nämlich auch eine Meditation von mir in diesem Kurs, wo wir eben switchen zwischen den Welten, in denen wir leben. Auf jeden Fall basiert darauf eben auch, dass wir alle in verschiedenen Realitäten existieren. So. Und es eigentlich ja keine Zeit gibt, aber dazu gleich nochmal mehr. Die 5D-Version, also die aufgestiegene Version von dir, gibt es also schon. Und jetzt ist die Frage, wenn du sagst, was kann ich jetzt am besten tun, geh in Verbindung mit dieser Version von dir, mit deinem Zukunfts-Ich. Jeder, der die Transformationsreise schon bereits hat, macht nochmal die letzte Meditation, wo du dich mit deinem Zukunfts-Ich verbindest. Und lass es in deinen Körper, wo es sein hinein sickern, das Gefühl, wie es sein wird. Wenn du dich damit verbindest, das lehre ich ja eben auch bei Manifestationskurs, dann heilst du in diesem Moment nach und nach, weil du verkörperst immer mehr 5D, bringst immer mehr Licht hinein in deine Zellen. Ich komme nochmal zu der Zeitlinie zurück. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Also die Zeitlinien könnt ihr euch auch so vorstellen, wie ein Bus oder sowas und wir sitzen in dem Bus drinnen und wir fahren vielleicht sogar den Bus, weil wir ja den Bus erschaffen haben. Wir sind ja auch noch die Schöpfer. Wir sind der Antrieb, wir sind das Benzin, damit der Bus fahren kann. Aber wir wissen das nicht. Wir sind unbewusst darüber. Und sobald Menschen aufwachen, erschaffen sie auf einmal bewusst ihr Leben und sagen, nein, ich mache nicht das, was man mir sagt oder ich hinterfrage Dinge und auf einmal verlassen sie das Steuer. Was passiert also mit dem Bus? Der kann nicht weiter fahren oder das Benzin geht aus. Das heißt, die Realität verblasst immer mehr. Das heißt, du bist letztendlich eine Gefahr für die alte Matrix. Das ist nicht gewollt und das wird nicht unterstützt. Also es ist einfach super blöd für die alte Matrix, für die falsche Matrix, wenn wir wissen, dass wir sind. Was passiert also? Man arbeitet oder hat immer mit Angst gearbeitet. Wir wurden manipuliert. Wir wurden so hingedreht und gewendet, dass wir alle gleich denken, dass wir ein System haben, was funktioniert, wo wir uns versuchen reinzuquetschen, obwohl wir alle individuelle wundervolle Wesen sind, die alle unterschiedlich sind. Und dadurch ist, und jetzt komme ich zurück zur Theorie über die Zeitlinien ist wohl so passiert, und das kann ich jetzt nur wiedergeben, weil ich es von verschiedenen weisen, hellsichtigen Menschen erfahren habe, dass dadurch, dass immer mehr Menschen aufwachen, immer mehr verschiedene Frequenzen entstehen, immer mehr und verschiedene Zeitlinien erschaffen worden sind. Also neue Busse quasi gebaut worden sind. Und durch diesen Aufstieg, und der hier gerade passiert, kollabiert quasi die alte Zeitlinie, die alte Matrix und etwas Neues entsteht. Nämlich den Ausweg 4D oder zu 5D zu kommen. 3D 3D und so die alte Welt wird nur noch aufrechterhalten und das ist jetzt der Punkt, die existiert eigentlich gar nicht mehr und irgendwie auch schon, weil wir alles noch aufrechterhalten, weil wir daran glauben und weil wir uns daran erinnern, weil wir sind ja die Schöpfer. Je mehr Leute das aber jetzt loslassen, umso mehr steigen auf, umso weniger wird die 3D-Welt gefüttert und so weiter. So und es gab anscheinend einen sogenannten Zeitlinien-Sprung oder einen Quantensprung kann man sagen, wo eigentlich schon mal einer der wichtigsten Momente des Aufstiegs passiert ist und wir quasi schon ein bisschen aufgestiegen sind kann man sagen und der war Oktober, Ende Oktober 2023. Seitdem gibt es schon diese neuen Zeitlinien zur 4D und zur 5D seitdem kann man quasi aufsteigen. Das müsst ihr euch erstmal vorstellen, wenn ihr das hier euch überhaupt sowieso noch vorstellen könnt und deswegen geht es ungefähr seit Oktober 2023 so vielen Menschen so komisch. Sie fühlen sich total übermüdet, sie sind überfordert, sie leben im Chaos, alles scheint zusammenzubrechen, nichts ist mehr wie es war, Veränderungen und so weiter. Ich habe übrigens auch die Frage bestellt bekommen, kann sich das gesundheitlich äußern, ich leide seit einem Jahr unter Beschwerden. Ja, genau. Wenn du seit einem Jahr gewisse Beschwerden hast, dann kann es daran liegen, dass dein alt, also die alte Version von dir, die noch verhaftet ist an die falsche Matrix mit dieser neuen Zeitlinie eigentlich nicht mehr, das passt einfach nicht mehr. und jetzt gehe ich da noch mal ein bisschen weiter rein. Es gibt verschiedene Lichtbringer, die verschiedene Aufgaben haben und das Wissen kommt jetzt zum Beispiel auch von Carrie Kay, beides mit K geschrieben, Carrie Kay, ganz, ganz tolle Frau. Es gibt viele Leute, die über die Matrix sprechen, aber ich finde, sie bringt es am besten auf den Punkt. Es gibt verschiedene Lichtarbeiter und das machen wir übrigens alles eher unbewusst, die verschiedene Aufgaben haben. Und vielleicht findest du dich da ja auch so ein bisschen wieder. Es gibt die sogenannten Ankerpunkte, das sind die Lichtbringer, die wirklich unerschütterlich im Frieden sind und egal, was im Außen passiert, die juckt das einfach nicht. So, denen geht es gut, die sind in Frieden, sind in Leichtigkeit, die sind in Freude. Dann gibt es die Verbinder, das sind die, die die Energie von den Ankerpunkten zu den Vorreitern bringen. Achso, die Vorreiter habe ich noch gar nicht erklärt. Das sind die, die das meistens als allererstes erleben und spüren und das Licht und die Frequenzen und die neue Welt. Und die Verbinder, das sind die meisten, bringen eben die Energie von den Ankerpunkten zu den Vorreitern. Weil die leben schon oft in der Überforderung. Denen sagt ja keiner, was passiert. Die müssen das erleben. Und die Verbinder, die fühlen sich meistens hin- und hergerissen, sind im einen Moment total gut drauf, die fühlen sich toll, im nächsten Moment sind die super müde und erschöpft, weil die diese Energie transferieren. Das machen wir übrigens nachts, vor allem in unseren Träumen. Du träumst nicht, sondern deine Seele arbeitet und dein Verstand träumt. Aber ein anderes Thema. Und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, die davon gar nichts mitbekommen. Die bleiben in ihrer Opferhaltung und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber die zeugen da einfach ein Gegengewicht. Die wachen jetzt nicht auf. Die werden wahrscheinlich auch nicht aufwachen und das ist auch in Ordnung. Dann hat die Seele eben das gewählt und seit ungefähr einem Jahr gibt es eben sehr viele unterschiedliche Realitäten und es passiert einiges in den Zeitlinien. Manche gehen davon aus, dass durch diesen Quantensprung und diesen Aufstieg sich verschiedene Versionen von uns in verschiedene Zeitlinien aufgeteilt haben. Das kannst du jetzt erstmal einfach so hinnehmen und deine Seele jetzt nach und nach sich wieder einsammelt, sodass du dich wieder eins fühlst und nicht nur eine Seite von dir, eine Facette von dir existiert, sondern dass du wieder in Verbundenheit mit allem bist, was du hast und bist. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass du deinen Eltern ein anderes Ich zeigst als deinem Arbeitgeber, deinem Partner und so weiter. So kannst dir das vorstellen. Diese verschiedenen Facetten von dir, die überall irgendwo in anderen Zeitlinien verteilt worden sind, die sammeln sich jetzt nach und nach wieder zusammen, wie auch immer das passieren mag, aber es passiert. Und dann entscheidet sich die Seele, ob sie zu 4D oder 5D wechselt. Du kannst es mit deinem Verstand nicht wirklich entscheiden. Deine Seele weiß es besser und beides ist auch gut und richtig. Die falsche Matrix und das ist das beste Ding eigentlich in dieser Folge und das darfst du mal so richtig in dich hineinfließen lassen. Die existiert nur noch wegen deinen Gedanken und Erinnerungen. Sie gibt es nicht mehr. Wir sind auf dem Weg in die neuen Zeitlinien und all das passiert außerhalb deines Verstandes jetzt schon bereits auch viel wenn du schläfst und vielleicht schläfst auch deswegen so viel oder gerne oder bist müde oder den Körper fordert das es geht richtig was ab nachdem wir aufgestiegen sind und das ist auch spannend jeder steigt an einem anderen Tag auf erstmal das das ist krass jeder wacht an einem anderen Tag in einer gehalten Version auf weil wir das alle an einem anderen Zeitpunkt können und es wird einfach alles leichter sein es wird sich leichter anfühlen du wirst mental und energetisch an einem Punkt sein wo du merkst was hatte ich jetzt eigentlich für ein Problem das ist doch voll einfach ich mache das einfach so und so also du wirst dich mental und energetisch einfach erleichtert fühlen das physische folgt ungefähr in den nächsten zwei bis drei Monaten danach und dann bist du dort angekommen es kann auch sein dass du ein bisschen hin und her springst vielleicht hast du das auch schon erlebt dass du jetzt mal so einen Tag hat wo einfach alles leicht war sich einfach alles gut angefühlt hat und am nächsten Tag war alles immer so wie vorher dann kann es sein dass du schon hin und her springst auf jeden Fall ist Fakt seit Ende Oktober 23 haben wir die Möglichkeit quasi aufzusteigen und mir haben zum Beispiel auch ein paar geschrieben dass sie seit einem Jahr vor allem lebendige Träume haben und ob das was damit zu tun hat ja wir da passiert so viel vor allem in unseren Nächten wo unser Verstand endlich mal aus ist ich glaube wir können uns gar nicht vorstellen was da alles abgeht und deine Träume sind nur ein kleiner Prozentteil vielleicht auch dazu da um dich wach zu machen also im Sinne von dass du merkst dass da was abgeht es kann auch gut sein dass du dich seit einem Jahr extrem veränderst dass du auf einmal merkst du willst bestimmte Dinge nicht mehr so wie vorher du kannst den Beruf nicht mehr ausüben wie sonst du möchtest auf einmal du möchtest nicht mehr so viel Verantwortung übernehmen wie für andere wie früher du kannst auf einmal gewisse Dinge nicht mehr essen wie früher das sind alles Zeichen dafür dass sich was verändert und dass du dich immer mehr mit deiner höheren Frequenz verbindest die Frage kam auch körperliche Beschwerden nehmen nicht ab sondern trotz Energiearbeit bleiben sie dann würde ich dir wirklich empfehlen mit dem Wissen was du zu sehr mit dem Thema ich identifiziere mich mit meinen Problemen und ich spreche noch mal mit meiner Therapeutin noch mal mehr vielleicht über meine Sorgen auch wenn das natürlich alles eine Berechtigung hat aber versteht ihr was ich meine es ist dann immer dieses ich erzähle meine Geschichte meine Geschichte meine Geschichte meine Geschichte und wenn du jetzt mal was Neues ausprobieren möchtest dann verbinde dich mit deinem werde dazu nächstes Jahr so viel mehr machen ich werde dazu auch Meditation und Sessions und Abende oder Live Sessions machen am liebsten würde ich es jetzt schon aber ich habe so wenig Zeit oh mein Gott Zeit ist sowieso gerade so verrückt das ist auch etwas viele fühlen gerade dass die Zeit sich ganz komisch anfühlt dass sie entweder rast oder ganz traumähnlich das Leben sich anfühlt instabil sich anfühlt surreal und das sind alles Zeichen des Aufstiegs das ist alles Thema davon dass wirklich etwas an der Zeitlinie rüttelt und ja manche lieben es auch ich habe auch Nachrichten bekommen die geschrieben haben mein Körper findet diese neuen Frequenzen gut ja es muss sich auch wirklich nicht schlecht anfühlen weil letztendlich wenn du dem ganzen Prozess mit dem Verstand aus dem Weg gehst dann passieren die Dinge sowieso ja wenn deine Seele das möchte und du kannst sie aber einladen und auch unterstützen und deine Geschichte loslassen an die du schon immer festgehalten hast dein Ego muss sich auflösen hat natürlich Angst davor und deswegen halten so viele auch fest an ihren Geschichten denn das Ego möchte ja nicht sterben es wird aber sterben wenn du aufsteigst ich glaube nicht dass das Ego Platz Version der letzten Jahrzehnte zu verlassen dass du aussortieren möchtest dass du loslassen möchtest dass du neuen Kleidungs wie gesagt diese ganzen Sachen kann sein alles typische Anzeichen sozusagen des Aufstiegs das Ding ist du bist das mächtigste kosmische Wesen was es gibt so wie ich und so wie jeder der hier zuhört und das bist du auch selbst wenn es andere nicht sehen also bitte warte nicht darauf dass andere in dir dieses Licht sehen sondern erkenne deine eigenen Grüße an und wenn du mal einen unbewussten Menschen siehst triffst und merkst man ey mit denen kann ich nicht reden die erkennen mich gar nicht die sehen mich nicht die anerkennen mich nicht dann fang an Mitgefühl zu bekommen für dich selber für deine eigenen Verleugnungen Verleugnungen für deine eigenen unbewussten Momente wo du immer noch auf deine alten Programme hereinfällst deine eigenen Glaubenssätze und was dir nicht alles erzählt wird und fang an zu erkennen wie kraftvoll du bist wie groß dein Licht und wie stark dein Licht aussendet und vielleicht brauchst du dabei Unterstützung dann habe ich dir heute schon ein paar Sachen empfohlen ich verlinke dir alles und freue mich auch jetzt schon im Dezember auf die Raunächte auch das ist wieder etwas was einmal im Jahr ein Riesen Event ist und dieses Jahr wird es wahrscheinlich unfassbar krass sein sich da in den Raunächten zu verbinden ich glaube sowas werden wir noch nicht vorher erlebt haben deswegen wenn es dich ruft sei dabei du kannst jetzt schon buchen und ansonsten wünsche ich dir dabei ganz 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 viel Freude das jetzt einzuordnen was ich dir heute erzählt habe wird sicher ein bisschen dauern schreibt mir am besten wieder Kommentare du kannst es unter ich werde sicher wieder nach Fragen fragen für die nächsten Folgen denn ich will auf jeden Fall noch über einiges sprechen ich werde noch mal genauer darauf eingehen was passiert nach dem Aufstieg ich will auch noch mal über Atlantis sprechen weil Atlantis war ein Thema wo auch schon mal eine hochentwickelte Zivilisation aufsteigen wollte was da passiert ist und über Hollywood übrigens ich glaube ich werde das nicht besprechen viele von euch haben sich das ist so ein Thema das ist mir viel zu dunkel und das lenkt uns nur von unserem Licht ab guckt da einfach nicht so genau hin es ist auf eine Art schön dass es passiert dass da was aufgedeckt wird aber ich darauf freue ich mich sehr ich danke dir dass du bis hierhin zugehört hast und wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest dann mach ja schreib mir empfiehl die Folge weiter speicher dir das ab oder teile es oder mach wirklich ein Programm von uns mit dann hilfst du nicht nur uns natürlich sondern auch dir was einfach das wichtigste ist für den Aufstieg und für diese Welt dass Worten ja vielen Dank fürs Zuhören und denk immer daran du darfst Licht sein